Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute ist der 15. Dezember und heute gehen natürlich wieder Skins raus von dem CSU Adventskalender. Ich nehme jetzt glaube ich schon zum vierten Mal auf bzw. ich fange jetzt zum vierten Mal schon an, weil irgendwie will es heute nicht funktionieren. Beim ersten Mal habe ich vergessen mein Handy auf lautlos zu stellen, hat mein Handy geläutet. Beim zweiten Mal kam mein Bruder ins Zimmer, weil ich vergessen habe die Türe zum Abschließen. Beim dritten Mal war meine 5TB Festplatte voll und hat dann einfach die Aufnahme abgebrochen. Und jetzt ist das vierte Mal. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. So, heute sind da drei Preise, was rausgehen. Der erste Preis ist ein Bundle. Ich habe hier fucking zwei Pfeile, das stört. So, der erste Preis ist ein Bundle, was aus drei Skins besteht. Der erste Skin ist ganz klassisch, eine AK-45 Elite-Bild. Und der zweite und der dritte Skin sind von einem von euch, sprich Community-Skins, also Preise. Und zwar sind das... Muss ich sie erstmal suchen? Hier sind sie. Einmal die Tekken 9 Army Mesh. Und einmal die Peter 50 Cent Dune. Sieht eigentlich in der FN, finde ich auch ziemlich nice aus. Ähm, die zwei Skins sind von den lieben Pre-Decks. Ähm, danke mich für den Support von dir. Ähm, ich hab's... Also ich werde es ein Steam-Profil in der Beschreibung verlinken. Ich... Er hat zwar nicht gesagt, dass ich es machen soll, aber ich... Bin mal zu freuen, mache es trotzdem. Es ist der zweite Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr mir einmal ein Plus-Rap... Plus-Rap in die Kommentare... Also, ich in die Kommentare in die... Ja, ihr könnt auch ein Plus-Rap in die Kommentare schreiben, weil ich meine eigentlich... Ein Plus-Rap unter seinem Profil. Oder so ähnlich. So, dann... Was noch ist, ich hab... Also wir sind... Oder wir werden jetzt dann die nächsten Skins ausgehen für Skivet. Und hab ich da mal nachgestellt. Oder so, ähnlich. Ähm... Und zwar sind das... Hab ich geschaut, dass ich jetzt mal andere Skins nehme. Das ist halt auch nicht jeden Tag... Oder... Das ist halt auch nicht, wie wir dieselben Skins sind. Und zwar ist dann der zweite Preis für heute... Eine... P250 Franken. Finde ich eigentlich auch ziemlich nice der Skin. Und der... Dritte Skin für heute... Also der dritte Preis... Ist ein... Ja, 8 Revolver... Fade. Für die Leute, die heute das erste Mal einschalten... Ähm... Erster Link in der Videobeschreibung... Klickt ihr drauf. Da kommt ihr zu einem Video, in dem ich erkläre... Ähm... Wie nehmt ihr teil? Was kann man gewinnen? Und halt noch ein paar Sachen. Ich empfehle euch das Video ganz anzuschauen. Weil dann... Kann das nicht so... Es kann euch das nicht dasselbe passen, wie manche andere. Dass ihr dann unter einem falschen Video kommentiert. Und somit... Der nicht am... Adventskalender teilnimmt. Aber trotzdem halt... Egal. Schaut euch einfach das Video an. Und dann sollte das... Hinhauen. Dann würde ich auch gleich mal die Gewinner ziehen für heute. So, der erste Preis war das Bundle mit der... Elite Build, der P250 und der Tech9. So, was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, dass die... Gewinner von gestern... Heute natürlich wieder aussetzen. Muss ich mir mal kurz meine Liste holen. Damit ich auch weiß, wer gestern gewonnen hat. So. Jetzt bin ich ready zum... Pick the winner. Das Bundle geht raus an... Puh. Ediab. Babb. Ich lasse It's Showed 0-2 nicht gewinnen. Ähm... Ja gut. Glückwunsch an dich. Du bist der erste Gewinner von heute und gewinnst das Bundle. Der zweite Preis war die P250 Franklin. Die bekommt... Alter, was sind das für Namen? Ratoga, Ratoga. Wie kannst du so gut erklären? Soll ich dir das jetzt erklären, wie... So ich so gut erklären kann. Und das wäre... Was für ein anderes Video. Also mal, Glückwunsch an dich, Ratoga, Ratoga. Du bekommst die P250 Franklin. Der dritte Preis war der R8 Revolver Fates. Der geht raus an den... FIFO LP. Glückwunsch an euch drei. So. Das war's dann auch gleich wieder für heute. Wie gesagt, für die, was auch teilnehmen wollen... Noch... Es ist noch was auch... Ja. Die, was teilnehmen wollen und nicht wissen wie... Erster Link der Videobeschreibung. Schaut euch das Video an. Da erklär ich alles. Und wie ihr ja auch vorhin gesehen habt... Finde ich anscheinend gut ihm erklären. Ähm... Der... Steam-Profil. Genau. Steam-Profil von dem... Von der Donation heute. Also von den Zwest-Skins. Ist der zweite Link der Videobeschreibung. Verlinke ich auch. Falls ich ihn noch finde. Weil der war ziemlich einer von den ersten Team, die mir da was geoffert hat, glaube ich. Und... Ja, ansonsten war's das dann auch. Über einen Abon... Also... Daumen nach oben würde ich mich... Ich würde mich freuen. Abonniert mich. Wer noch nicht abonniert hat... Würde ich mich umso mehr freuen. Und... Irgendwas wollte ich euch noch sagen, dass ihr mir in die Kommentare schreibt. Aber ich... Hab das jetzt... Vergessen. Also... Ich weiß es jetzt nicht mehr. Schreibt mir halt irgendwas in die Kommentare. Würde mich halt auch freuen. Ansonsten war's das dann auch wieder für heute. Dann sag ich auch gleich ciao und bis morgen. Euer Alex. Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Du bist ein... Ich will...